So, zweiter Lederteil. Hat sich doch keiner gefunden, der gegen mich antreten wollte und bereit war. Deshalb gibt es jetzt einen weiteren Lederteil. PvP, mal gucken, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, ab 22.30 Uhr ist jetzt für alle, die die Aufnahme schauen, 21.37 Uhr. Wir werden Zyrok und ich ein bisschen in Warcraft 3 reingucken. Zyrok ist völlig gehypt, hat mir 180 Nachrichten heute geschrieben. Und gestern, oh, es kommt gleich raus, es kommt gleich raus. Das heißt, wir können das jetzt genau andersrum machen, wie sonst immer in Star Wars 2 Aufnahmen, wo ich immer sage, ey, voll geil, das Turnier letztens, klasse Geschichte und neue War Chests. Und so, und das werde ich gleich bei Warcraft 3 genauso machen. Ja, hat Blizzard halt wieder verkackt, haben sie halt keine neuen Cutscenes gemacht. Skinpack für 30 Euro, ist eine War Chests besser. Das werde ich gleich, diese Rolle werde ich gleich nehmen. Ich kenne überhaupt keinen Warcraft 3, sei an dieser Stelle mal gesagt. Ich habe das nämlich noch nie gespielt. Äh, also, die Kampagne habe ich einmal Let's Played. Könnt ihr auch auf dem YouTube-Kanal sehen. Aber, ansonsten, Multiplayer-Erfahrung habe ich, äh, 0. Das heißt, ich muss gleich noch eine Build-Order irgendwie rausholen. Ich weiß noch nicht mal, welche Rasse ich spiele. Das hat mich zwar jetzt auch schon 80 Mal gefragt, aber, da konnte ich ihm nicht helfen, weil das wusste ich noch nicht. Oh, mal kurz das zweite Gas. Oh, ist das eine Fort? Was ist denn hier? Nein, ist es nicht. East ist nicht. Damit ist ja schon mal alles. Knorke. Double Gate bei ihm. Er hat genauso die Wall verkackt wie ich. Also falschrum die Wall gebaut. Passiert den besten Protoss unter uns. Wie wir alle wissen, bin ich einer der besten Protoss unter den 10 Leuten, die hier im Chat sind. Mindestens der 10 Beste. Ja, ich würde sogar sagen, da bin ich besser als die meisten. JC Gamer ist jetzt schon nicht mehr da. Von daher will ich mich da schon, also nicht so schlecht ansehen. So, ja, Adepten bringen ja jetzt eigentlich nicht so viel. Dann brauchen wir mal einen Pylons zu blocken. So. Gut, er wartet auf mein Tech-Gebäude. Kann er ruhig machen. Will ich ihm natürlich jetzt nicht unbedingt zeigen. Werde ich aber jetzt trotzdem tun, weil ich muss langsam eins bauen. Dann sieht er halt, dass ich eine Twilight Council habe. Was das bedeutet, kann er sich dann überlegen. Ich werde gerne Blinkstalker spielen. Oder würde gerne. Einmal gucken, ob er jetzt irgendeine Twilight Council hat. Nein. Hat er nicht. Wir haben leider kein Tech-Gebäude bei ihm gesehen. Deshalb müssen wir hier auch nochmal sicher gehen. Oh, das ist schlecht. Also, ich muss ja auch noch mal sagen, ob er das ist, wenn er die Exe zu sichern. Das ist eine halluzionierte Phoenix. damit weiß er dass mein nexus ziemlich spät ist und dass ich blink stalker erforsche weil sonst hätte ich nicht so viele stalker also weiß er eigentlich alles was leicht suboptimal ist wir wissen nicht mal unser gegner eine exe hat was eigentlich dann eine andere reaktion von uns hervorrufen müsste aber was soll es so ist es normal mal genutzt gleich eine robo und nicht wie kann so hätte ja auch sehr entspannt sein können der skirm wenn er einfach öfter negativ geguckt hat ja dann geht es einem besser haben 800 fähige wissenschaftler erwiesen die auch alle keine zweifelhaften doktor im titel haben so blink ist gleich durch vor hier noch mehr schwachsinn aber konzentrieren wir uns wieder aus spiel haben wir haben wir so die mord uns vermutlich das ist jetzt erstmal so ein bisschen die dritte zu delayen und viel mehr können wir hier gerade nicht tun dem was ich hier habe dessen spieler follow-up ich habe ganz schön wenig worker übrigens das gefällt mir nicht stellen wir wissen was da so kommt er scoutet also definitiv mehr work als ich habe irgendwie zwischendurch keine wo sind wir gerade er hat doch nicht mehr aber gar nicht dann bin ich irritiert von dann die ganzen worker hat er irgendwo eine hidden base bin heute im hidden base waren mutter jeder ecke eine verschwörung weil er hat sehr viel armee wir haben auch nicht so viele worker vielleicht liegt das einmal in unserem spielerischen niveau habe ich nicht die hand creme so forschung abgeschlossen haben wir jetzt selte chart jetzt müssen wir eigentlich noch in richtung wir gehen und wir bräuchten noch fotos so morgen wird stressig wieso was ist denn morgen donnerstag was ist denn hier ja die nehmen wir noch auf ich bin halt schon wieder zu bleiben sind ein paar force fields wieder gegangen auf jeden fall noch deutlich mehr immodelt als ich aber ich glaube seine force wird jetzt auf ein leben für ajoa ein leben für ajoa wir können jetzt im wortel spawn immodelt sei schon argens wenn wir den pylons frei hätten komm wenn ich jetzt die ersten paar agens habe dann ist das ok damit kann ich leben aber jetzt ist leider halt meine exe aufgebraucht das ist ein bisschen suboptimal das ist ein bisschen suboptimal das ist ein bisschen suboptimal da ist vielleicht das ist es ja Wie seine Composition so aussieht. Nee, nicht du. Nein, ich muss aufhören F2 zu drücken. Kolosser, 1-0. Nein, jetzt sollte ich dann aufhören, das zu bauen. 1-0. Die ist jetzt prinzipiell nicht so scary, aber die Kolosser sind halt ein bisschen blöd. Das ist kein gutes Spiel bisher von mir. Was ich akzeptabel habe, sind Upgrades. Da kommt ein Push. 1-1. So, jetzt nimmt die Upgrades auch noch mit durch. Ich muss jetzt einen haben, oder? Wie viele Worker haben wir denn jetzt? Das ist 65, immerhin. Die T's, ja, die T's. Warum ist denn hier nie die Robo auf 9? Ich sollte aufhören, soviel sind jetzt zu bauen. Komm, Observer. Komm, Observer. Bleib mal in Observer. Da ist er doch. Jetzt. Ich kann 3-3 in Aufschreiben. So. Ich finde das gut, dass der Nergebot einfach Nove schreibt. Das ist so natürlich nicht gedacht. Muss ich denn mal gucken, was da in den Einstellungen läuft. Tötet den wenigstens. Das ist so ziemlich die beschissenste Fighting Position ever. Ich habe LQTs. 14 Iron Workout Blings. wir sollten mal in die menge abgefahrenes building placement ja dafür bin ich bekannt ich gucke mal hier rein was hier falsch läuft müsste auf timers sein das rausnehmen alles klar so das ist doch schön wenn im gott das ist der gleiche noch mal müssen wir jetzt mal ein bisschen was anderes machen was machen wir denn anderes spiel mal er das na gut aber das heißt im pvp phoenix ist ja oder was anderes ist nicht aber das können wir ruhig mal machen f2 ist halt leben ja kann man nicht anders sagen sooo sooo kann sein dass der uns jetzt kennen rusht oder so weil das wie gesagt der gleich von eben ist und der ist ohne gg rausgegangen normalerweise heißt man war nicht so glücklich über den ausgang der partie ist aber alles normal bisher wieder bei mir reingesneakt doppel gas genommen wir spielen trotzdem doppel geht werden halt nicht verstecken können was wir machen weil er ständig scoutet sooo er will wieder axeln sofort hallo soll ich mal raus fahren bitte naja ein bisschen frech hier er hat sogar props gepolt ja kannst du mehr geht tatsächlich auf adaptis er wird mich jetzt versuchen zu blocken was wird das denn jetzt ein bisschen irritiert wenn er jetzt daneben gebaut hätte findet er das echt ich bin gleich supply blockt aber dieses risiko gehe ich gerade mal ein oh ich glaube ich weiß was los ist ist das hier was drin ist das hier was drin ne nur gut ich bin hier ich will schaffen ich will die stimme oder kompats äh äh ich bin doch sehr unsicher was sie gerade läuft wie kann denn der jetzt eine halluzination spielen ich habe jetzt einen voidrate zur defense gebaut ein bisschen verwirrt das ist mir gerade bisher erschließt sich mir dieses spiel noch nicht so ganz was wir hier gerade spielen sooo wir sollen kein betriebsrat gründen random god sooo jetzt so ein bisschen die frage was unser gegner macht wenn er auch auf phoenix ist gemittet weil der ja weiß dass wir auf phoenix ist gemitten also ich will den doch vielleicht mal eben unterbinden ich durchstreite die himmel warten die ähnung teleportation erfolgreich verstand sie er weg kaior warum baust du denn nichts warum seid ihr denn nicht auf null warpfeld online teleportation erfolgreich Und wenn ich jetzt auch Stargate stehe, dann habe ich ein leichtes Problem. Okay, das ist zu viel. Ich kann mal wieder irgendwas mitnehmen. Warum hast du dir noch nicht den Nächstes gebaut? Das Gefühl, wir gehen mal nach Hause. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl gerade. Ja, ist er doch nicht im Kontermodus. Wir müssen auf jeden Fall unsere Ground-Armee deutlich aufstocken. Wir sollten jetzt gleich aufhören, Phoenixes zu bauen und vielleicht mit ein paar Void-Rays hier nochmal nachsteuern. Erkennen. Die Templer werden gesagt, der Feedback hat jetzt Blink. Die Dritte ist im Bau, aber meine ist ja schon leider. Vielleicht soll ich hier nicht meine Fortis... Naja, aber irgendwie haben wir keinen anderen Platz. Worker-Technisch bin ich eigentlich gar nicht so schlecht dabei, würde ich behaupten. Wir bräuchten dringend mal Detection. Die haben wir gerade gar nicht. Ja. 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 Und noch einen. Hier. Nein, bau den doch jetzt. Hier ist er schon. Der Erste. Ärgerlich. Robo, wer ist fertig? Ich bin jetzt echt Supply-Block. Das ist ja mal der beschissenste Supply-Block ever. Kannst du jetzt mal irgendwas von mir töten, Jungen, damit ich hier das bauen kann. Kommt jetzt hier hin. Das war teuer. Noch heute zu vielen ungewöhnlichen Zeitpunkten einfach Supply-Block. Kann man nicht anders sagen. Ja, wobei Worker-Technisch ist noch okay. Okay. So. So. 2-0, ja? Okay. Ich durchstreife die Galaxies. Sie brechen durch. Ich finde nicht, auch mit Schwingen der Gerechtigkeit. Erleuchtet. Ich brauche immer so viel, dass der hier, der Arme, nichts abbekommt. So, jetzt aber. Gut. Wir tauschen jetzt nach und nach, weil, habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt, unsere Einheiten aus. Da kommt der Push. 1-1. In wenigen Sekunden habe ich 2-1. Nein, nur das Auricule, bitte. Das ist die richtig beschissenste Fighting Position ever. Was macht ihr denn jetzt hier? Nein. Nein. Hallo, ich möchte die denn haben. Ich bin wachstum, verstanden. Aber ich sehne mich nach dem Hof, und wird sich der Palt. Der Kampf ist rum, wird unser Sein angegriffen. Mein Leben, der Kampf ist rum, wird unser Sein angegriffen. Was? Was? Der Kampf ist rum, wird unser Sein angegriffen. Oh, ja, Carrier. Ich kann mich jetzt ein bisschen überraschen. Ich schreibe die Galaxis. Na, überraschend. Wo verwirrt sich der Palt? Wow, Prism klappt doch mal aus. Ich bin ein bisschen überfordert gerade, wie dieser Fight verläuft. Ich glaube aber ganz gut. Wenn du im Nexus. Diamond 2, Juchee. Ich glaube, ich bin ein bisschen überrascht. Untertitelung des ZDF, 2020